Hi Leute, hier Kai von binäristrategie.de Ich habe ein neues Video, nur leider kann ich das nicht auf YouTube hochladen, weil der Hintergrund Musik ist, aber ihr findet das hier bei binäre-option.tips Binäre Optionen Live Sessions von Anfängern Ich haue euch den Link nochmal unten in die Beschreibung, braucht ihr bloß draufklicken und zieht es euch rein. Wirklich geil geworden. Hütchen rauf und Hütchen runter. Schaut es euch an.